Ich hab das Gefühl, das ist von mir. Du schaffst 30k und wir nicht. Achso, auch nicht? Das ist ja kein 30k, das ist nur ein... Ach, 30k, ja. Da ist nur ein Elf hinten dran. Oh, mein Mann. Ich hab schon wieder eine Rakete auf dich geschossen. Wie komm ich aus dem Raketenmenü raus? Mausrad reindrücken. Ah. Was? Ah, jetzt haben wir einen 30k. Oh, ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaub, das kommt von mir.